Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mir eine kurze Einschätzung zur aktuellen Situation von Hertha BSC und zusätzlich vielleicht noch einmal ganz kurz die Derby-Niederlage einschätzen und wie wir möglicherweise doch noch den Klassenhalt schaffen. Bevor ich damit aber beginne, der kurze Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne den Kanal, um auch zu keine weiteren Videos mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und so hat euch dieses Video gefallen, lasst gerne ein Like da. Ich würde sagen, starten wir jetzt sofort rein mit dem heutigen Video. Und ich muss vorab sagen, wenn Hertha BSC nichts radikal jetzt ändert, dann wird Hertha BSC wahrscheinlich sogar noch am besten direkt absteigen. Mit der Leistung gegen Union weiß ich nicht, wie Hertha BSC gegen die restlichen Gegner Punkte holen will. Mit der fehlenden Mentalität, mit dem fehlenden Siegeswillen, mit der fehlenden Leistungsbereitschaft gibt es sich nicht, wie man Augsburg, Stuttgart oder Bielefeld irgendwie besiegen will. Der Sieg gegen Hoffenheim war mehr als nur Glück. Man hat sich da komplett unverhältnismäßig mit drei Standards durchgesetzt. Aber gegen Union und Leverkusen hat man komplett gesehen, dass ein Offensivsystem nicht vorhanden war. Dass Magath kompletten Schwachsinn aufgestellt hat. Darida, wir haben ja keine Flügelspieler. Darida und Suat Serdar müssen auf die Flügel ausweichen, weil wir keine Flügelspieler im Kader haben. Weil der Kader am Anfang der Saison ruiniert worden ist. Wir haben keine Flügelspieler, wir haben keine Außenverteidiger. Es muss ein 18-Jähriger, der noch nicht mal einen Profi-Vertrag hat, auf die Linksverteidiger-Position rücken. Und dann wundern wir uns, warum wir da unten drinstehen mit diesem katastrophalen Kader. Und ja, das Derby, es war eine Katastrophe. Die Spieler haben gewirkt, als hätten die sich keine Mühe gegeben. Die rennen nicht den Ball hinterher. Sie wollen diesen Sieg nicht. Und das hat gefehlt beim Derby. Die Mentalität, der Kampf, der war nach der 70. Minute weg. Die Hoffnung, mal in den letzten Minuten nach vorne zu spielen, hat komplett gefehlt. Und 70.000 Fans waren im Stadion. Man darf das Heimderby nicht mit 1 zu 4 verlieren. Das ist für alle Fans ein Schlag in die Fresse. Und das ist wirklich meiner Meinung nach die größte Katastrophe und der größte Rückstieg von Hertha BSC in der Saison. 70.000 Fans sind dort im Stadion. Es wird gesungen, getanzt. Die Ultras sind wieder da. Und man darf sich bei so einem Spiel über diese überzogene Reaktion der Ultras gar nicht wundern. Auch wenn das natürlich absolut zu verurteilen ist. Die Fans, die Spieler, man muss grundlegend sagen, die jungen Spieler, Eitschberger, Linus Gechter, Maximilian Mittelstädt, können überhaupt nichts für diese Situation. Aber die Fans sind absolut sauer, muss man sagen. Und die Rhetorik Bobic, dass ja aktuell ein Krieg irgendwo ist, nur eine Flugstunde von Berlin entfernt oder dass aktuell eine Pandemie ist, sind nicht ausredend dafür, dass man keine Leistung sein kann. Es kann nicht sein, dass man innerhalb eines Jahres so nach unten gefallen ist. Das ist einfach nicht würdig. Seitdem Bobic mit seinem 8. Klasse Kaderplaner das Amt übernommen hat, ist Hertha BSC im freien Fall. Die erste Saisonhälfte mit Dardai war noch erträglich. Es war noch erträglich. Aber seitdem Korkut angefangen hat, ist die ganze Saison ja wirklich eskaliert. Der letzte Sieg war ja der Dortmund-Sieg vor Magath. Und das ist Ewigkeiten her. Und grundsätzlich muss man sagen, Bobic muss sich wegen diesen Entscheidungen verantworten. Weil das war bis hierhin in dieser Saison wirklich eine absolute Katastrophe. Grundlegend muss man sagen, Hertha BSC wird absteigen, wenn sie nicht radikal etwas ändern. Das heißt, wenn sie nicht radikal die Spielweise ändern. Mit diesem defensiven Mauerfußball ohne offensives Tempo wird man nicht weit kommen. Das kann ich jetzt schon mal genauso sagen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Aber man muss eben sagen, es gibt noch eine einzige Hoffnung. Und das sind die restlichen Gegner. Hertha BSC spielt noch gegen Augsburg. Da sind drei Punkte möglich, wenn das Team anders auftritt. Stuttgart, Bielefeld, Mainz und Dortmund. Und es wäre ganz passend, wenn man vor Dortmund irgendwie den Relegationsplatz klar gemacht hat. Bielefeld hingehen spielt gegen Bayern, Köln, Hertha, Bochum und Red Bull Leipzig. Das da, die sind aktuell, haben genau den gleichen Punktestand wie wir. Und rein theoretisch könnten sie aus diesen Punkten keinen Sieg mehr holen. Denn Bielefeld ist aktuell überhaupt nicht gut in Form. Und spielt gegen richtig, richtig schwere Gegner. Und wenn die Gegner sich mal halbwegs anstrengen, dann könnte dementsprechend dort für Hertha BSC ein Vorteil entstehen. Stuttgart spielt hingegen gegen Mainz, auswärts. Das heißt, Mainz ist ja so eine heimstarke Mannschaft. Da könnte rein theoretisch auch eine Chance für Hertha bestehen. Gegen Hertha natürlich, gegen Wolfsburg, gegen Bayern und wieder gegen Köln. Und Augsburg spielt gegen Hertha, Bochum, Köln, wieder Red Bull Leipzig und Kreuter führt. Rein vom Restprogramm angesehen, hat Hertha BSC das einfachste Restprogramm. Aber wie gesagt, wenn Hertha BSC wieder so auftreten wird, dann gibt es dort kein Licht für Hertha BSC zu beobachten. Man muss mal eben sagen, ich würde mal tippen, Augsburg schafft es drin zu bleiben. Sie haben jetzt sehr viele Punkte geholt in den letzten Spielen. Ich würde mal sagen, Stuttgart angelt sich noch gerade so auf Platz 15 hoch. Und Bielefeld und Hertha machen unter sich den 16. Platz aus. Eine Relegation wäre in dieser Saison echt eine Katastrophe, da das Team ja so verunsichert ist. Und da finde ich meiner Meinung nach, dass eine Relegation vermieden werden sollte. Am besten sollte man versuchen, noch 6 Punkte zu holen. Damit wäre mindestens der Relegationsplatz sicher. Aber man hätte dementsprechend auch Chancen, noch auf Platz 15 zu holen. Gegen Augsburg und gegen Bielefeld müssen 3 Punkte drin sein. Gegen Stuttgart wird es recht schwierig und gegen Mainz auch. Man muss grundlegend einfach sagen, Hertha BSC, die individuelle Qualität, die man in der letzten Saison hatte, ist in dieser Saison verschwunden. Das Team ist komplett neu jetzt zusammengestellt worden am Anfang dieses Sommers. Und man muss grundlegend auch einmal sagen, dass wir mit Jovetic, aber natürlich auch mit Suat Serdar Spiele haben, die erst komplett in dieses Team integriert werden müssen. Das heißt, es müssen sich neue Automatismen bilden. Die taktischen Abläufe müssen neu einstudiert werden. Und summa summarum kann man denn somit zusammenfassen, dass es sehr, sehr lange braucht, bis sich aus diesem neu zusammengeworfenen Haufen überhaupt ein Team bildet. Das haben wir in der letzten Saison gesehen. In der letzten Saison sah es ja auch phasenweise wirklich katastrophal aus. Aber in der letzten Saison hat sich am Ende ein Team gebildet. Ich weiß nicht, wie das diese Saison entstehen werden soll. In der letzten Saison kam dieser Jetzt-Erst-Rechts-Effekt. Als das Team in die Quarantäne gegangen ist, hat sich jeder Spieler wirklich den Arsch aufgerissen, dass dieser Verein nicht absteigt. Jeder Spieler hat auf dem Platz eine Mentalität gezeigt. Es hat noch niemand vorher gesehen. Jeder Spieler wollte jedes Spiel gewinnen. Und dementsprechend hat man dann gegen Mainz summa summarum aus der Quarantäne heraus das Unentschieden geholt, obwohl man lange Zeit gar nicht zusammen trainieren konnte. Und hat dann dort auf jeden Fall wahnsinnig starke Leistungen gezeigt. Hat gegen Schalke mit in Gang kam, das 2 zu 1 geschossen. Hat wirklich eine tolle Geschichte geschrieben. Und diese Saison? Passiert das nicht? Ich weiß nicht, wo das diese Saison passieren soll. Das Team? Verunsichert. Gespalten. Der Trainer? Mist. Taktik? Mist. Spieler? Die Leistungen? Die Form? Seit einem Jahr im Tief. Ich weiß nicht, wie wir hier rausgehen wollen. Wenn sich bis zum Augsburg spielen nicht radikal die Taktik oder sonst etwas ändert, das Umfeld, die Mentalität, dann wird Hertha BSC absteigen. Und ich hoffe, ich hoffe um alles in der Welt, dass das nicht passiert. Hertha ist ein sehr wertvoller Verein für die Bundesliga. An dieser Stelle beende ich dieses Video für heute. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Es ist aktuell sehr pessimistisch, alles zu betrachten, aber es wird wieder bessere Zeit gehen. Vertraut mir, spätestens in der 2. Liga fangen ihr immer wieder an zu gewinnen. An dieser Stelle, genießt diesen Abend. Egal, ob es jetzt scheiße ist, ob es momentan sehr weh tut. Genießt den Abend. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin und tschüss.